So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir beim abschaltlichen Laboratorium gewesen, haben dort zwei verschmolzene Seen wieder trennen dürfen und mussten aber leider... Ach, hier haben wir die Buddies, Terami auch noch. Ähm, ja. Spiel bitte nicht lecken. Ja, und haben da zwei Personen wieder voneinander getrennt, aber leider mussten wir uns von, äh, für einen der beiden entscheiden und haben uns für den Dunmergadris entschieden. Mal kurz gucken, wo er lang muss. Äh, in die Richtung. Ja, und wir haben, wie gesagt, den Dunmergadris gerettet und Sur ist jetzt für ewig und alle Tage verschollen, nicht mehr existent und... Bündnis nicht daran gehindert hätte, Sadal zu beschwören. Ja. Wären wir jetzt alle tot. Ja. Ja, ja. Und das alles dank Hanwal Induril, der den Tod seines Sohnes nicht verkraften konnte. Ähm, wir müssen hier raus, ne? Ist alles ein bisschen kompliziert hier in Kalthafen. Immer wenigstens noch eine Katze. Ähm, ja, müssen wir auch noch ein bisschen Leben einfügen, aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt hoffentlich relativ schnell hin. Und bitte mal nicht lecken, Spiel. Was ist mit dir los? Okay. Oh, hier haben wir eine Art Leuchtturm. Also ich gehe davon aus, dass es eine Art Leuchtturm ist. Und das ist ein Spieler. Oh, wir haben noch ein Pferde. Übrigens nicht Pferdehof, aber ein Stall. Oh, was haben wir hier? Nichts. Gut, hier können wir gar nicht rein. Das ist natürlich sehr schön. Was ist das denn für ein Tier? Was ist das denn? Okay, das sieht ja gruselig aus. Ja. Wo hatten... Ich hatte doch gerade hier irgendwo einen... Einen, äh, äh... Genau, einen Questmark gesehen. Gewillich. Okay. Gewillich. Was ist euer Begehr? Womit kann ich euch helfen? Der Turm der Lüben. Alles klar. Das ist doch schrecklich. Ich kann das schaffen. Wirklich. Alles, was ich tun muss, ist, äh... Oh, wie mache ich denn da was vor? Ich kann es nicht schaffen. Auf gar keinen Fall. Warum habe ich je gedacht, dass ich es in die Kriegergelde schaffen würde? Was macht ihr hier draußen? Ich versuche mir zu überlegen, was ich als nächstes tue. Ich gehöre zur Kriegergelde. Wir wurden angegriffen. Von Daedra. Sie haben meine Kameraden gefangen. Sie haben sie in das Gefängnis dort unten gebracht. Ich bin nur ein Speer. Ich kann nicht gegen Daedra kämpfen. Aber ich wette, dass ihr es könnt. Wir gelangten in dieses Gefängnis hinein. Es gab da ein Portal. Die Daedra haben es benutzt. Aber es ist verschwunden. Soweit ich das sehe, ist der einzige Weg dort hinein, ins Wasser hinunter zu springen. Sucht nach Skordo. Oh, Skordo! Natürlich. Ich werde hineinspringen und die Kriegergelde helfen. Was würde ich nicht darum geben, an einem schönen, sicheren Ort zu sein? Vielleicht eine Taverne irgendwo? Ah, einen Humpen Ale. Gute Gesellschaft. Stattdessen bin ich in Kalthafen. Wenn Molag Bahls Diener mich nicht töten, wird Skordo es bestimmt tun. Was können die mir sonst noch über diesen Ort erzählen? Die Daedra nannten es den Turm der Lügen. Ich habe mich umgeschaut. Nach Treppen oder nach so etwas wie einem geheimen Eingang gesucht. Doch ich hatte kein Glück. Das Wasser sieht aber ziemlich tief aus. Das sollte ein Kinderspiel werden. Hatte dir jemanden namens Skordo erwähnt? Skordo weiß alles und er ist zäh wie Leder. Hauptmann Eilram und Arak mögen das Kommando haben, aber es ist Skordo, der dafür sorgt, dass in unserer Einheit alles rund läuft. Ich schlage vor, dass ihr als erstes mit ihm sprecht, bevor ihr dort unten irgendetwas anderes macht. Wisst ihr, warum sie dieses Loch den Turm der Lügen nennen? Ich schätze, Molag Bahl hat versucht, einen Witz zu machen. Es ist in Wahrheit nur eine tiefe Grube. Der Turm ist also eine Lüge. Versteht ihr? Eine Lüge. Ja, ich verstehe. Doch. Ich verstehe es auch nicht. Doch, aber ich verstehe es. Aber vielleicht gab es hier einmal einen Turm. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. Welche Aufgabe habt ihr in der Kriegergelde? Ich bin ein Waldelf. Ich bin kein Frontsoldat, wenn ihr darauf anspielt. Wenn ich schon kämpfen muss, dann lieber aus sicherer Entfernung. Wie dem auch sei. Wenn ihr von hier abspringt, solltet ihr kein Problem haben. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Wie habt ihr es geschafft, nicht gefangen genommen zu werden? Es gab viel Geschrei, Kämpfe und Durcheinander. Ich bin kleiner als die meisten Krieger, daher kann ich mich auch gut bedeckt halten. Also habe ich mich versteckt. Ich bin nicht stolz darauf, aber wenigstens kann ich ihnen jetzt noch helfen. Oder vielmehr kann ich jemanden wie euch holen, um ihnen zu helfen. Genau, so machen wir das. Dann haben wir hier noch irgendwas. So, dann würde es jetzt ein Kinderspiel für uns werden. Ich hoffe doch, so. So. Ich würde mich mal interessieren, wenn man das wirklich jetzt im echten Leben machen würde, dann würde man doch rein theoretisch sterben. Und es würde sich wenigstens was brechen. Bisuch. Hallo, Bisuch. Und hier ist eine Harpüje. Hallo, Skurto. Seid ihr wirklich gerade in diese Schleimgrube gesprungen? Ja. Ihr seid entweder ausgesprochen tapfer oder wirklich dumm. Tapfer bin ich. Meine Vermutung. Ein wenig von beidem. Willi hat mich geschickt, um zu helfen. Natürlich hat er das, dieser magere Schwächling. Wenn er nicht wäre, würden wir gar nicht in diesem Schlamassel stecken. Ein Dremora-Magier hat hier das Sagen. Er trübt einem den Geist, bricht den Willen. Ich bekomme meine Soldaten einfach nicht in den Griff. Aber wie kann ich helfen? Die fetten Ogrim-Bastarde haben meine Freunde fortgeschleppt. Wir haben uns gemeinsam der Gilde angeschlossen. Ach nee, den kenne ich gar nicht. Es ist schlimm, dass sie von Ogrim gefoltert werden. Ihr rettet Sinnfei, Borgard und Vikort. Ich suche auf Seer Arus. Dann können wir beide uns seine annehmen. Ein für allemal. Ich habe noch ein paar Fragen. Natürlich habt ihr das. Nur macht schnell. Wozu zwingen sie euch hier unten? Mich? Nicht viel. Niemand schubst Skordo herum. Aber die anderen? Sie klopfen so lange Steine, bis sie umfallen und von den Orgrim gequält werden. Manchen wird sogar die Seele herausgerissen. Es verwandelt sie in leere Hüllen. Ein solches Schicksal würde ich nicht einmal einem Elfen wünschen. Warum habt ihr nicht zu entkommen versucht? Wir haben es versucht, aber dieser Ort ist seltsam. Die meisten von uns haben aufgegeben und den nötigen Willen verloren, Widerstand zu leisten. Es hat nicht auf jeden die gleiche Wirkung, aber es erschwert das Organisieren. Vielleicht können wir sie aufheben, wenn ihr die Lage hier etwas aufmischt. Vielleicht. Kommen all diese Gefangenen von der Kriegerwilde? Seht ihr die Glaskugel? Nein? Dann bin ich auch kein Hellseher. Es gibt hier unten einen Haufen Gefangene von überall her. Sogar eine Dremora. Hat wahrscheinlich Molag Bal auf die Füße getreten. Aber ich weiß es nicht genau. Und es schert mich auch nicht. Eine Dremora? Ist sie eine Gefangene? Nun, sie ist keine Wache. Aber falls sie eine Gefangene ist, dann machen ihr die Orgrim jedenfalls keine Schere rein. Um ehrlich zu sein, würde ich selbst gerne wissen, was mit ihr los ist. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch die ganze Zeit beobachtet, seitdem ihr in unserer kleine Feier hier hereingeplatzt seid. Mhm. Wie konnte sich so ein harter Kerl wie ihr gefangen lassen? Ich bin nicht der Einzige. Eine ganze Gruppe von uns wurde von den Daedra gefangen. Wir teleportierten uns nach Kalthafen, um gegen Molag Bal zu kämpfen. Hat der denn eigentlich was schultern? Aber das geht nicht unbedingt nach Plan. Wir sind hier unten. Unsere Hauptleute dort oben. Und wir stecken bis zum Hals in Orgrim-Dom. Seht ihr die Klappe? Ja, Dremora. Könnt ihr noch etwas über diesen Ort erzählen? Es ist eine Gefängnisgrube. Ifris, der Ausfransa, hat hier das Sagen. Er liebt den Klang seiner eigenen Stimme. Wir haben uns aufgeteilt. Einige von uns sind hier unten. Aber unsere Hauptleute, Eilram und Arak, sind oben. Ein verriegelter Gang trennt uns voneinander. Mhm. Okay. Da weiß ich Bescheid. Und dann werden wir erstmal die Himmelsscherbe mitnehmen. Bevor wir uns hier in das Getümmel stürzen. Und diese unbekannten Leute retten. Ich hoffe nur, wie gut Gespenster tot, finden wir hier auch noch irgendwo. Nicht, dass da jetzt doch irgendwie schon eher das Zeitliche gesegnet hat. Hallo Gefangene. Hallo, 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 hallo. Oh nein. Borgat ist anscheinend noch nicht sehr lange tot. Nein. Ich kenne ihn zwar nicht, aber... Hallo. Ach, die Armen. Vor allen Dingen, warum müssen die denn hier an diesen Dingern hier klopfen? Da gibt es doch gar keinen Grund zum Hämmern. Oh. So, Orgrim. Du, fett klopst. Huch. Ah, also nicht einfach so überrennen. Das finde ich sehr ungehobelt von euch. Hallo. Äh, manchmal kurz was gucken. Was ist das? Oh, zweihändig. Das wollte ich eigentlich nicht. So, was macht denn jetzt mein Gift? Mein Gift macht das hier. Mal kurz was gucken. Schwere Rüstung. Haben wir hier noch irgendwas ganz Besonderes? Nein. Das ist traurig. Und wir haben hier Sinnfäi. Skordo hat euch geschickt, nicht wahr? Ja. Wer ist denn bei euch der große Vater? Genau. Würde ich auch sagen. Das macht ihr richtig. Ja, das wäre auch sehr schön. So muss ich mal kurz gucken. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach ne, tiefer. Ich muss tiefer. Aber da muss ich mir gar nicht Gedanken machen, wie ich da hochkomme. Hallo. Eigentlich könnte mir sinnvoll helfen, gegen die Orgrim zu kämpfen. Während euer Verstand sich klärt, versuch an eure Angst und euer Leiden zu denken. Ich habe aber keine Ängste. Und Schmerzen habe ich auch nicht oder irgendwelche Leiden. So, Schädelspalter. Dann spalten wir bitte ein paar Schädel. Mhm. Höher. Okay. Alles klar. Machen wir es so. Wir müssen auch diese eine Detra irgendwie mal finden. Die ja ihre wunderschönen Augen auf uns gerichtet hat. Wie lief es? Sind meine Gefährten sicher? Borgert hat es nicht geschafft, aber ich habe Sinnfeln wie Kurt befreit. Verdammt. Borgert war ein guter Soldat. Und ein guter Freund. Aber danke, dass ihr den anderen geholfen habt. Ich habe nach Aufseher Arus Ausschau gehalten. Aber er ist noch nicht aus seinen Gemächern gekommen. Wir brauchen seinen Schlüssel. Warum brauchen wir den Schlüssel des Aufsehers? Der Schlüssel öffnet den Durchgang zum nächsten Stockwerk. Dorthin haben sie Hauptmann Eilram und Hauptmann Arak gebracht. Wenn es einen Weg aus dieser Orgrim-Mistgrube gibt, dann ist er irgendwo da oben. Sobald ihr den Schlüssel habt, solltet ihr nach oben gehen und nach Hauptmann Eilram suchen. Gehen wir. Kümmern wir uns um den Aufseher Arus und holen wir uns in diesen Schlüssel. Aber erst, wenn ich hier fertig mit gucken bin. Nein, das versuche ich erst gar nicht. So, Skordo. Okay, ist jetzt schon davon geprächt. So. Och Mann. Ah, da geht nicht so schnell down. Das ist ein kleines bisschen schade. So, noch ein bisschen Magika aufladen. Und das war's. Ja, aber sterb mir bitte nicht. So, wo haben wir die? Die ist tiefer. Machen wir es einfach mal so. Jetzt ist die gleich in der Nähe. Ich arme Seele. Ja. Ich arme Seele. Ähm, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier rum irgendwie. Oh, nein, 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 nein. So, kurz was gucken. Nehmen wir auch nochmal Orgrims. Hier irgendwas noch? Hier irgendwas noch? Nein. Ach, da. Schuftet für mich, meine Gäste. Schuftet für mich. Okay, und was mache ich jetzt? Den Durchgang einfach betreten. Okay. Ähm. Hallo. Und tschüssi. Hallo. Und tschüss. Hab ich euch einfach so ausgetrickst. Und euch auch. Aber ich denke mal, gleich muss ich gegen diese wundervollen... Fettklopse kämpfen. Oder? 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 Ja. Gut. Das war jetzt nicht gerade sehr heldenhaft von mir. Ich weiß. Aber man muss ja nicht immer alles hier provozieren. Nein, kein Beobachter. Oh, nein. Lürend. Ah, Sterbliche. Ihr seid eine interessante Kreatur. Was macht ihr hier oben? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich euch das beantworte. Oder, kleine Sterbliche? Es erübrigt sich eigentlich zu erwähnen, dass es mich erheitert, hier in aller Ruhe abzuwarten und euch dabei zuzusehen, wie ihr euch abmüht. Macht euch aber keine Sorgen um meine Sicherheit. Die niederen Nedra werden mir nichts tun. Wisst ihr, wo ich die Hauptleute der Kriegergilde finden kann? Oh, ja. Es war höchst unterhaltsam, ihnen zuzuschauen. Sie kämpfen gegen die Fäden eines Netzes, das sie nicht sehen können. Und das bringt mich zum Lachen. Ihr Sterblichen, ihr seid so leicht zu manipulieren. Was es doch für eine Freude ist, mit euch zu spielen. Ihr steckt also hinter all dem? Nein, kleine Sterbliche. Ich bin weder eine Gefängniswärterin noch ein Folterknecht. Ich bin einfach nur eine desinteressierte Zuschauerin, die ein winziges bisschen Freude an eurer Misere hat. Warum kümmert es euch, was mit mir geschieht? Selbst wenn ich mich euch erklären würde, bezweifle ich, dass ihr es verstündet. Die Politik im Reich des Vergessens übersteigt schlicht und ergreifend die Möglichkeiten des primitiven Verstands eines jeden Sterblichen. Danke für die Beleidigung. Könnt ihr mir helfen, die Kriegergilde zu befreien? Ich werde euch nicht daran hindern, meine teure Sterbliche. Betrachtet das fürs Erste als Hilfe. Ach, ich sei so großzügig. Aber einig solltet ihr wissen. Der Ausgang dieses Ortes ist derzeit nicht verfügbar. Ich gehe fest davon aus, dass ihr dies jedoch schon in aller nächster Zukunft ändern werdet. Okay, gut. Sehr schön. Freut mich. Wo muss ich denn jetzt lang? Höher, okay. Ich muss erstmal mit den Hauptleuten sprechen. Das kriege ich ja noch hin. Ohne mich in irgendwelche Kämpfe zu verwickeln. Skordo hat mich auf die Suche nach euch geschickt. Oh nein. Spionin. Gesegneter Leki. Ich weiß einfach nicht mehr, wem oder was ich noch glauben soll. Dieser Ort setzt mir zu. Uns allen. Erstens, ich bin keine Spionin. Zweitens, ich bin hier, um zu helfen. Das würde jede gute Spionin auch behaupten. Es könnte nicht schaden, wenn ihr beweist, dass ihr keine Illusion seid. Oder eine Spionin. Ich sage euch was. Mein Schwert ist da drüben bei den Orgrim, die uns angegriffen haben. Holt mir mein Schwert und wir unterhalten uns. Trefft mich in der Nähe von Araks Lager. Aber ich habe ein paar Fragen. Dieser Ort, er verwirrt einem den Geist. Arak hat den Verstand verloren. Sie sagt, ich hätte ihren Stellvertreter getötet. Sie hat uns angegriffen und ist danach davongelaufen. Jetzt hat sie ihr eigenes Lager im Westen. Und sie schickt immer wieder Spione und Meuchelmörder los, um mich zu töten. Habt ihr mit Arak gesprochen? Was ist so wichtig an eurem Schwert? Wenn ihr eine Illusion seid, dann werdet ihr es für mich besorgen. Und wenn ihr doch eine Illusion seid, dann werdet ihr euch wohl auflösen. Und damit hat diese Sache dann eben auch ein Ende. Wie seid ihr auf diesem Stockwerk gelandet? Die Dremorer haben uns hier runtergeschleift und aufgeteilt. Wahrscheinlich, weil wir so leichter zu kontrollieren sind. Mir ist zwar bewusst, dass die Dremorer immer wieder versuchen, unseren Sinnen einen Streich zu spielen. Aber die ständigen Qualen zehren dennoch an einem. Sie machen einen Mürbe, bis man nicht mehr klar denken kann. Ja, und ihr seid wahrscheinlich ein bisschen paranoid, oder? So. Ein Gefangenen, der Rucksack ist leer. Meine Güte. Oh, neues Rezept. Ein neues Rezept. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo haben wir denn hier das Schwert? Es ist ja weiter unten. Ja, komm. Jetzt regt euch mal nicht gleich so auf. Alles ist gut. Und hier haben wir schon das Schwert. Und ich überlege, ob ich vielleicht nach dieser Quest mir nochmal Champions-Punkte hole. Ich denke mal, die haben wir uns doch schon ein bisschen verdient. Und das Schwert haben wir uns auch verdient. Um einen guten Eilrahm. Ist das höher? Das ist tiefer. Warum ist denn das jetzt tiefer? Gut, der Eilrahm ist jetzt gar nicht mehr da. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Hätte nur dazu gerne... ...Ihm das Schwert überbracht. Aber wenn er es nicht möchte, dann möchte er es halt nicht. Das ist halt seine freie Entscheidung. So. Okay. Höher. Nein, es muss auf einmal höher. Wer ist das denn? Goblin. Ach, es sind Goblin. Ach so. Oh nein. Beobachter. Nein. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht gegen mich kämpfen. Da würdet ihr nur sterben dabei. Oh, Lagerverteidiger, Lagerverteidigerin. Da fühle ich mich doch gleich ein bisschen sicherer. Jetzt ist er weg. Gut. Hallo. Befangener. Oh. Auch wieder eine neue Blaupause. Sehr schön. Ich schätze, dann seid ihr doch keine Illusion. Skordo hat auch für eure Existenz gebürgt. Er birgt für nichts. Also müsst ihr ihn wirklich beeindruckt haben. Ich habe euer Schwer zurückgeholt. Ich hatte schon damit gerechnet, dass ihr es mir nicht gebt, sondern mich niederstecht. Es ist schwierig, an einem solchen Ort Vertrauen zu jemandem zu fassen. Doch wie ihr sehen könnt, entwickelt sich hier gerade ein Problem. Arak kann kaum davon ablassen, uns anzugreifen. Wir müssen diese Angelegenheit auf der Stelle bereinigen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie wir das schaffen könnten? Arak sagt, sie könne den Stimmen ohne ihren Helm nicht die Stirn bieten. Sie sagte, die Augen hätten ihn. Ich glaube, sie meint die Beobachter. Ja, das denke ich auch. Vielleicht wird der Helm sie beruhigen. Ich werde ihren Helm finden. Vielen Dank, dass ihr das tut. Sintfai wollte ihn selbst zurückholen. Aber um ehrlich zu sein, sind wir nicht gerade in der besten Verfassung. Keiner von uns könnte einen Kampf gegen einen Beobachter überleben. Ja, ein Glück habt ihr mich. So. Wir sind jetzt wieder tiefer. Aber ich hoffe immer, dass wir einfach mal hier jetzt irgendwie den Helm bekommen. Das wäre sehr schön. Oder muss ich jetzt hier wirklich ganz... Das war mein Plan. Das war genau so von mir gewollt. So. Aber ich weine nicht, weil ich habe kein Herz. Und... Und wenn ich weine, dann sind das Siegestränen. Nehmen wir den Beobachter noch mit rein. So, schaffen wir zwei Beobachter auf einmal. Na, kommt her, meine kleinen süßen Schätzelein. So, ich hoffe mal, dass er vielleicht... Oh nein. Oh nein, ich bin so blöd. Ich muss doch gar nicht gegen die Beobachter kämpfen. Ich muss dort reingehen. Oh. Wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Das ist doch... Hä? Da war doch gerade hier... Ähm... Was ist... Ach, hier. Ich war gerade ein kleines bisschen verwirrt. So, wir kommen jetzt wieder zu dieser komischen Arka. Hallo, Ogrim. Tschüss, Ogrim. Haben wir noch einen Beobachter? Aber ihr habt uns nicht gesehen, auch wenn ihr so viele Augen habt. Ähm... So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wer uns jetzt hier noch folgt. Aber lasst uns jetzt in Ruhe, ist ja schön. Dieser Ort, er stellt seltsame Dinge mit dem Verstand an. Hauptmann Ayram sagt, ihr bräuchtet euren Helm. Woher weiß ich, dass ihr nicht nur eine Ablenkung seid, damit Ayram sich hinter mich schleichen und mir einen Dolch in den Rücken rammen kann. Wartet. Das ist mein Helm. Ich bin so verwirrt. Aber Ayram hat doch meinen Freund Ifris getötet. Ayram versucht, alle hier drin zu befreien. Ich sollte mit ihm sprechen. Ihr habt Ifris getötet, Ayram. Was gibt es da noch zu sagen? Beherrscht euch, Arak. Ifris ist keiner von uns. Er ist der Bastard, dem der Laden hier gehört. Man führt euch an der Nase herum. Hier ist unsere Namensliste. Ifris werdet ihr darauf nicht finden. Lasst mich das sehen. Ich bin sicher, ich kenne ihn. Oder nicht? Wir müssen einen Weg finden, aus diesem Turm der Lügen zu entkommen. Wer ist das? Ist das ein Dremora? Ich habe diese Situation langsam satt. Es wird Zeit, dass wir Ifris' Einmischung beenden. Ihr müsst Ifris töten. Ich brauche ihn tot. Anscheinend verfolgen wir ein gemeinsames Ziel, über das wir reden sollten. Hilfe von einem Dremora? Wir haben ein gemeinsames Problem, kleine Sterbliche. Es ist nur sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten, um es zu lösen. Warum bietet ihr mir jetzt plötzlich eure Hilfe an, wenn ihr doch vorhin nicht das geringste Interesse daran hattet? Haben wir beide denn eine Wahl? Ifris erschuf die Barriere, die den Weg aus diesem Gefängnis versperrt. Schaltet Ifris aus, dann bricht die Barriere zusammen. Um ihn zu töten, müsst ihr ihn aber erst finden. Und ihr könnt mir den Weg zu Ifris weisen? Wie süß, dass ihr fragt. Ifris versteckt sich hinter Illusion. Ich habe sie beseitigt. Er hat etwas, das mir gehört. Und ich will es zurückhaben. Tötet ihn, dann sind unser beider Probleme gelöst. Aber macht schnell. Er wird schon bald bemerken, dass seine Verteidigung dahin ist. Und sich erneut verbergen. Ich werde mich um Ifris kümmern. Werdet ihr helfen? Oh, kleine Sterbliche. Ich habe euch schon mehr Hilfe geboten, als ihr verdient. Der Rest liegt nun an euch, wie man so schön sagt. Alles klar. Gut, dann werden wir uns jetzt mal um den guten Ifris kümmern. Also die Frage, wo ist denn der Gute? Ach, der ist gleich hier, oder? Ja. Da hieß Ifris sehr auf. Was auf? Aus Franzor. Ich weiß nicht, wie ihr meine Illusionen überwunden habt. Aber es wird euch sowieso nichts nützen. Hä? Oh nein. Warum ist denn der so stark, der Beobachter? Nein. Schnell, schnell. Hallo. Nicht in diesem Ton, Tremora. Hallo. Ich möchte gerne mit euch reden, Hauptmann. Bei Malakats blutigem Streitkolben. Ich fühle mich viel besser. Die unerträgliche Wolke aus Angst und Verwirrung hat sich endlich gelüftet. Ich schätze, das habe ich euch zu verdanken. Ich habe Ifris getötet. Das dachte ich mir. Gleich nachdem die Barriere zusammenbrach, haben wir angefangen, Leute durch das Portal zu schicken. Es gibt eine Stadt in der Nähe. Wir haben sie gesehen, bevor wir gefangen genommen wurden. Wir werden uns dort neu gruppieren. Ihr solltet auch von hier verschwinden. Ich sorge nur dafür, dass die Nachzüger zum Portal kommen. Übrigens habt ihr Skordo schwer beeindruckt, was keine leichte Sache ist. Oho. Ihr findet ihn auf der anderen Seite. Er möchte mit euch sprechen. Mit Skordo sprechen. Verstanden. Sonst noch etwas, bevor ich gehe? Schaut euch den Kristall an, den wir entdeckt haben. Eilrahm glaubt, er könnte eines der Lichter von Meridia sein, von denen uns die Magiergilde erzählt hat. Wenn das der Fall ist, könnte er für unsere Bemühungen hier von unschätzbarem Wert sein. Okay. Wir werden mir jetzt mal schauen. Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern, ob das wirklich auch so relevant ist. Wie jetzt zum Beispiel Wutrat für... ...für Rift interessant gewesen ist. Ihr habt euren Kopf behalten und euch gut geschlagen, meine Freundin. Die Kriegergilde schuldet euch etwas. Bevor ihr geht, solltet ihr den Kristall dort drüben nehmen. Gab ich doch schon. Ich bin kein Gelehrter. Aber ich wette, es ist das Licht von Meridia. Deshalb behielt Ifris es wahrscheinlich hinter der Barriere. Ja, und jetzt ist es weg. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir durch das Portal schreiten und mit unserem neuen Freund Gurdun noch mal kurz sprechen. Und schauen, was er jetzt noch zu bereden hat. Und ja, wir werden höchstwahrscheinlich wieder hier hingeschickt. Dann werden wir uns wieder hier vorarbeiten. Dann hier oben irgendwie mal verlassenes Dorf. Ja, hier oben ankommen oder dann hier unten vielleicht erst mal kurz mal vorbeischauen, bevor wir uns dann in Richtung Westen weiterbegeben. Und das nehme ich auch mal weg. Ja, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Die ist ein bisschen länger geworden als die vorherigen Folgen. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu gemein. Und hoffe natürlich, dass ich euch in der nächsten Folge von The Alice Gross Online wieder mit begrüßen darf. Ja, ich hoffe, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020